Die letzten drei Monate waren die stärksten Monate bei Merch bei Amazon bei mir jemals. Besser als jeder Dezember, besser als Vatertag, besser als jedes Event, was ihr euch vorstellen könnt. Und in diesem Video werden wir über die letzten drei Monate rübergehen. Ich bin Pascal und los geht's. Da ich das in diesem Video etwas allgemeiner halten möchte und nicht auf jede Einkommensquelle eingehen möchte, weil ich habe einfach das Gefühl, ich wiederhole mich ganz oft, wie zum Beispiel bei Plattformen, wie bei Spreadshirt, TikTok oder YouTube, wo eben nicht so viel geht, da sage ich eigentlich jeden Monat immer das Gleiche. Ja, ist halt ein bisschen Geld, mache ich nichts, nehme ich halt nur mit. Wenn ihr die ganzen Details dennoch erfahren möchtet, dann geht auf meine Website und klickt euch hier unten rechts in die Beiträge ein. Da findet ihr dann die genaue Aufteilung, wie viel Geld ich wo verdient habe. Aber was man da natürlich schon sehen kann, auf den ersten Blick ist, dass der Umsatz extrem krass war für meine Verhältnisse. 2519 Euro an der Spitze im Juni 2023. Im Vergleich im Dezember, davor hatte ich gerade mal 1600, sieht man das? Ja, verdient. Ja, der Sommer war wirklich extrem, extrem gut. Ich werde euch natürlich auch noch verraten, woran das liegt. Aber wir gehen jetzt rein, beziehungsweise ich zeige euch nur den deutschen Markt, weil, kleiner Spoiler, alle anderen Marktplätze außer der deutsche Markt lief so wie immer bei mir. Wenn ihr da die Details haben möchtet, dann geht gerne auf die Webseite. Aber wie lief denn jetzt der deutsche Marktplatz? Ich öffne mal den All-Time-Chart. Damit wir das Ganze so ein bisschen besser verstehen können, gucken wir uns eben nochmal das Jahr 2022 an. Das Jahr war für mich eigentlich auch schon extrem gut. Ja, ich hatte sehr starke Sommermonate, indem ich fast 1000 Euro geknackt habe auf dem deutschen Markt, gefolgt von einem extrem schlechten Dezember. Und in diesen vier Monaten haben sich bei mir ganz besonders zwei Winner-Shirts herauskristallisiert, die eigentlich fast den gesamten Umsatz gemacht haben. Und das ist dieses Jahr auch wieder passiert. Beziehungsweise nicht bei beiden Shirts, sondern nur ein. Dieser Spike, den ihr hier sehen könnt, dieser unglaubliche Spike wohlgemerkt. Ich hatte hier einen durchschnittlichen April von 500 Euro. Dann ist das aufgestiegen auf 1600, auf 2200 Euro im Juni nur auf dem deutschen Markt. Diesen krassen Erfolg habe ich nur einem T-Shirt zu verdanken. Wenn ich hier in Juni reingehe, dann kamen fast 1800 Royalties von dem eigenen T-Shirt. 348 Sales. Das zweitbeste T-Shirt in einem Monat hat sich gerade mal 31 Mal verkauft. 118 Euro. Danach eins mit 22 Sales, 86 Euro. Das habe ich gemacht. Ihr seht hier schon, die durchschnittlichen Royalties sind bei 5,14 Euro. Als ich gesehen habe, das T-Shirt verkauft sich gut, habe ich den Preis von 19,99 Euro auf 22,95 Euro hochgestellt. Und dann habe ich einfach die Werbekosten erhöht. Auf die Werbung gehe ich gleich dann noch ein bisschen weiter ein. Und ja, da hatte ich teilweise wirklich extreme Tage. Ich mache auch nochmal hier den Graph auf über die letzten 90 Tage. Und hier kann man sehen, ich hatte wirklich an einem Tag 150 Euro durch Royalties verdient. 28 Sales an dem Tag. Das war der 2. Juli. Das war wirklich unglaublich. Und das wohlgemerkt passiv. Ich habe zwar in den Monaten hochgeladen, so wie eigentlich immer auch. Aber das ist wirklich der Traum. Das, was ich mir damals vorgestellt habe. So ungefähr 2K im Monat zu verdienen, ohne nicht wirklich was zu machen. Also das war wirklich... Ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Das ist halt wirklich der Traum. Geld verdienen, ohne was zu machen. Das ist es. So sollte das weitergehen. An dem einen Tag alleine. 223 Sales. 5,83 Euro. Ich habe also dieses eine T-Shirt auf 22,95 Euro gehoben. Und zwischenzeitlich auch noch auf 24,95 Euro, weil ich das austesten wollte. Wie weit kann ich gehen? Aber als ich das gemacht habe, hat sich das wieder nicht so gut verkauft. Deswegen 22,95 Euro für so ein Premium-Sommer-T-Shirt ist schon der richtige Preis, meiner Meinung nach. Hier sieht man es nochmal deutlich. In den drei Monaten hat sich das halt 818 Mal verkauft. 4.300 Royalties alleine nur von diesem einen T-Shirt. 808 davon männlich, 10 weiblich. Und danach mein Platz 2 T-Shirt in den drei Monaten. 100 Sales, 340 Royalties. Also mit diesem einen Winner-Shirt habe ich mehr als das 10-fache verdient von meinem Zweit-Best-Selling-T-Shirt. Und wenn ich hier weiter runtergehe, dann kommen halt auch schon ganz schnell T-Shirts, die sich nur 9x, 3x, 4x, 1x, 2x verkauft hat. Deswegen ist die Winning-Strategy eigentlich, wenn du merkst, dass du einen Winner hast, musst du da mehr Werbung raufbuttern. So macht man das Geld. Natürlich, wenn man da richtig krasse Umsätze fährt, steigt die Werbung. Und deswegen habe ich euch das ja hier auch nochmal mitgebracht. Einfach mal die Werbung im kompletten Jahr als Vergleich. Denn ihr wisst ja eigentlich, wenn ihr meine Videos verfolgt, dass ich sonst immer sehr wenig für Werbung ausgegeben habe. Eigentlich immer so unter 100 Euro im Monat. Und ab Mai habe ich hier 518 Euro ausgegeben. Im Juni auch fast 500 Euro und im Juli 350 Euro. Das klingt erstmal nach einer ganzen Menge, ja 1000, was sind das jetzt, 1300 Euro insgesamt über die drei Monate für Werbung. Aber es hat sich dennoch extrem gelohnt. Wenn wir mal den ARCOS einschalten, dann hatte ich auch hier eigentlich in dem Monat ein 12er ARCOS, was immer noch extrem krass ist, im Juni einen unglaublichen ARCOS von 10% und im Juli auch wieder 12%. Also da konnte ich mich wirklich nicht beschweren. Und hier unten, das ist auch by the way, die Kampagne, ist einfach die ganz klassische Lotteriekampagne, wie sie viele kennen, einfach ein bisschen teurer gemacht. Ich glaube, ich hatte sonst immer nur 14 Cent drauf. Ich habe das mal hochgeschraubt auf 25 Cent. Da habe ich wirklich jeden Tag die Ads kontrolliert. Wenn sie unprofitabel war, habe ich sie ein bisschen billiger gemacht. Wenn sie, sage ich mal, zu gut performt hat, ja zu Tage, da hatte ich einen ARCOS von nur 5% oder so, dann habe ich das wieder teurer gemacht. Im gesamten Jahr hat diese Werbekampagne also 6200 Klicks erzielt. Ich habe 1300 Euro ausgegeben, 680 Bestellungen, einen Umsatz von 13.000 und das ist halt. Ich habe quasi 1300 Euro ausgegeben und dafür Royalties eingefahren von 4.300. Was ziemlich krass ist. Hier im Produkter-Dashboard bin ich auch fast bei den 8.000 Sales. Das heißt, hier laut dem Dashboard könnte ich mein Tier abbekommen in den nächsten 8 Tagen. Das wäre dann T10.000. Darauf arbeite ich jetzt hin. Ich denke jetzt im Herbst und im August werden die Zahlen aber allerdings wieder deutlich droppen, weil es ist halt ein Sommershirt, jetzt im November, Oktober oder so wird sich das nicht so gut verkaufen. Davon gehe ich eigentlich aus. Die anderen KI-Designs, es verkaufen sich auch sehr viele KI-Designs, die ich in letzter Zeit auch gemacht habe. Ja Freunde, was soll ich sagen? Ich stehe kurz vor dem T10.000. Mein Sommer war krass. Ich habe jetzt so nichts vom Sommerloch gemerkt und ich denke mit dieser Strategie werde ich dann nächstes Jahr auch wieder einfach das gleiche machen. Das eine Sommershirt, das hat ja jetzt auch so viele Reviews. Ich weiß auch, ich kann so langsam verstehen, warum hier der Road2T-Shirt-Millionär da jetzt die YouTube-Pause gemacht hat. Bei mir läuft es gerade ganz gut, aber in diesen Einnahmenvideos wiederholt man sich eigentlich nur. Ich mache jetzt nicht viel anders. Ja klar, ein bisschen an der Werbung hochschrauben. Die Designs mache ich immer noch mit KI. Die KI-Designs, die gut recherchiert sind, die verkaufen sich auch echt gut. Und ich denke, das wird der neue Way2Go sein. Und ich denke, das war es auch so langsam. Wenn ihr die Einnahmenberichte trotzdem jeden Monat vor dem Video haben möchtet, dann geht wie gesagt auf meine Website. Und ansonsten abonniert gerne, denn ja, das Leben ist eine Achterbahn, Freunde. Mal geht es nach unten, mal geht es nach oben. Ich hatte jetzt einen sehr starken Sommer. Und ob das so bleibt und wie es weitergeht, das steht in den Sternen. Tschüss! Tschüss!